Und hallo und herzlich willkommen zu Minecraft Monsters. Ja, ich fürchte, ich habe ein kleines Problem. Ich habe auf jeden Fall ein kleines Problem. Erstmal wird der Cheatmonus ausgemacht. Oh, verdammt ist das laut. Ich muss erst mal leiser machen. Und ich muss eigentlich die... Naja, egal. Ich habe fast alles voll. Ich nehme mir jetzt noch was mit. Verdammt, das ist nur immer zu laut. Und so, ich habe jetzt in der letzten Woche überhaupt nicht aufgenommen, weil ich hier Straßenarbeiten stattfinden und es einfach nur so irre laut ist. Ich hoffe, ihr versteht mich jetzt und euch nervt das nicht so stark im Hintergrund. Oder ihr hört es und habt wirklich Pech gehabt, dass ich jetzt aufnehme. Naja, egal. Ich habe jetzt nämlich nur noch tausend irgendwas an Zeug und muss jetzt nicht zur Festung nach da unten hin. Aua. Und schon. Hallo. Rein, 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 rein und... Weg. Super. Downloading. Und da sind wir wieder. Mir ist gerade alles abgestürzt. Juhu. Ach ja. Das Steak kommt weg. Das habe ich nur benutzt, um mich etwas über Wasser zu halten, damit ich nicht außerhalb der Aufnahme sterbe. Was eigentlich auch schon wieder ein Sheet war. Nehme ich eben das Steak. Und ich bin rausgekommen. Das ist zumindest etwas. Das erste, was ich mache, ist... Schön meine Sachen aufladen. Vor allem den... Den Jetpack. Das ist hier richtig leer geworden. Und den Hopper füllen. Komm, lad dich auf. Gut. Du kannst dich direkt auch aufladen. Wir haben ja auch einiges jetzt an Energie gefarmt. Also ich... Hab hier das Ding angelastet und da ist das scheinbar mitgelaufen. Das ist schon mal schön. Ich habe jetzt nur dummerweise nicht nachgeguckt, wie... Man... Dieses Scannen macht. Ich weiß nur, dass man ein... ...richtiges Teil dafür braucht. Also ein... Sozusagen ein Uranium. Das ist das Problem. Und das Problem ist, wir haben keins. So, ähm... Ja. Muss man das Ganze hier machen. Das finde ich einfacher irgendwie als unten. Bei der Turtle, da kann man auch zumindest nichts vermischen. So. Was fehlte denn noch? Zentrifuge. Genau. Was musste ich da nochmal reinstopfen? Äh... Genau, die Clay. Clay, 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 Clay. Sachen. Die nicht... ...hier sind. Muss ich mal gucken. Hallo. Turtles, wieso beschützt ihr nicht dieses Haus? Hä? Wieso beschützt ihr das nicht? Verdammt, wo ist jetzt mein Clay hin? Ich weiß es gerade nicht. Wo habe ich es hingestopft? Ich müsste eigentlich hier drinne haben. Block of Silver. Block of Iron. Redstone Block. Block of Thin. Nether. Plastik. Nein. Ach, da oben. Clay Dust. Das war es, was ich haben wollte. Und ab damit in die Zentrifuge. Irgendwie hält sich das ganz... Okay. Es hält sich nicht. Es geht runter wie Sau. Ich dachte schon, es hält sich. Aber ja, die braucht ja auch eine gewisse Power, die sie nicht zur Verfügung hat hier im Moment. Und ich kann dir nicht diese Power geben. Oder? Zack. Das wäre eine Möglichkeit, aber man bekommt sie nur 32 Power. Und die braucht ihr mehr, eindeutig. Ah, jetzt kann ich wieder nicht dahinter gucken, was da los ist. Schade. Naja, zumindest hatte ich schon eins gemacht. Das zweite macht sie auch noch. Und dann hängt sie. Gut. Haben wir schon wieder was? So. Ja, wir haben auch den Zinn, das haben wir. So, Nesalit-Ohr. Ach, jetzt habe ich alles noch im Nesaligen. Dumm, 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 dumm gemacht. Bless. Okay, du kommst mal mit und testier ein bisschen bei der Produktion. Okay. So, was können wir in der Zwischenzeit machen? Wir können auch mal in den Nesaligen gehen. Ich habe ja jetzt legale Sachen dabei, sozusagen. Feuerzeug habe ich auch dabei. Schön. Mir ist nur aufgefallen, ich habe gar nichts weggeworfen. Weg hier. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Oh. So, die sollen mich nicht sehen. Diamond, das Zeug, das Zeug, das Zeug, das Zeug, das Zeug und weg hier. Gut. Komm, 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 komm. Ja. Schön, jetzt bitte nicht. Okay, da ist nichts mehr nachgekommen, außer die scheiß Fledermaus. Gut. Activated. Are you still there? So. Da haben wir schon sieben Stück. Schön. Das kann auch da rein. Da war es noch rein. 16 Sin Inget haben wir auch schon. 24 Copper Dust. Das ist auch schon was. Ähm. Jetzt nur die Frage. Wie kriegt man dieses Zeug irgendwo anders hin? Das ist jetzt eine ganz gute Frage und ich habe viel zu viel dabei. Schade, da fehlt noch was. Na, jetzt? Nein. Jetzt? Nein. Jetzt. So. So. Okay, also ich brauche dafür extra was Neues. Wieso habe ich hier Kohle stehen? Keine Ahnung. Ich brauche dafür dieses Ju Ju. Oder? Ich kann hier nicht hier, ich kann hier nicht dahin tun. Ich brauche Metal Drum. Oder Ju Ju Metal Cell. Okay, das wird zum Transposer gemacht. Ja genau, in Colden und Steel und White Pressure Plate. Gut. Schön, dass wir noch so viel Steel haben und dass wir hier unseren Colden haben. So. Sinn weg. Im Platter. Was soll ich weglegen? Ich möchte da nichts reinlegen. Ich habe so viel Scheiß dabei. Brauche ich überhaupt nicht. So, wir brauchen Steel. Und Ha, ich kann noch eins weglegen. Aber mehr als eins. So. Hallo. Lauf bitte etwas gerade. Nein, wir brauchen Iron und zwar vier. Passt das auch vom Platz her? Wenn wir nämlich jetzt zack das machen. Wir haben zu wenig Steel. Wir brauchen mehr Steel Ingots. Hallo? Wo haben wir denn? ein bisschen ier.